Brahma-Juranku-Shasana, ein Asana für Flexibilität, Konzentration und Entspannung. Nilakanta zeigt, wie es geht. Setze dich auf die Zehen und halte die Füße zusammen, sodass die Fersen unter dem Anus idealerweise zwischen den Sitzhökern sind. Bringe die Knie dabei nach oben, halte die Hände auf den Knien und idealerweise gibst du die Handflächen nach oben. Du kannst Handrücken auf den Knien und die Handflächen nach oben. Wenn du magst, kannst du auch ein Mudra machen, Jnana-Mudra genannt, Jnana-Mudra oder auch Jn-Mudra genannt. Dann schaust du auf den Bereich zwischen den Knien und du sitzt ganz gerade. Dieses Asana hilft, dass die Energie Muladhara-Chakra aktiviert wird und durch die Wirbelsäule nach oben geht. Brahma-Juranku-Shasana ist benannt nach Brahma, dem Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott hat Jura bzw. Jara, ein gewisses Alter. Und er hat ein Ankusha, ein Haken zum Antreiben von Elefanten, Elefantenstachel, manchmal auch genannt, ein Sporn, ein Reizmittel, wie auch ein Gegenmittel. Man könnte also sagen, es ist ein Asana, welches dir hilft, Schöpferkraft zu bekommen und dir hilft, das Prana nach oben zu treiben.